Hallo Leute, hier ist wieder Lexi und es geht weiter mit Mega Man Zero 4. Wir befinden uns auf Ragnarok. Um Kraft davon abzuhalten, auf Neo Arcadia zu feuern. Oh Gott, nicht wieder diese Teile. Was wollt ihr, dumm Gegner? Eigentlich immer noch, hier eure Physik ist für einen Arsch. Moment, das ist mehr als eindeutig. Was bringt mir das? Ah, ich seh's. Yeah. Das bringt mir so viel. Ach, ja toll, Seratanium. Ich brauche mir doch eh keine Teile mehr. Ihr nervt mich. Und dreht um, genau. So, ja, bei diesen Plattformen, wo man sich... Verdammt, ich hätte meine ganzen Trinke wieder auffüllen können. Stimmt eigentlich. Ich glaube, ich wechsle bei der Elfe wieder auf das hier. Was kann man jetzt mit Eis-Schutz? Und dann mache ich das hier. Drop Energy. Ach, warum nicht? Sitzlicher Angriff ist nie verkehrt. Boom! Die haut ziemlich rein, muss ich sagen. Bin ich echt überrascht gerade. Was ich aber nach diesem Level, wenn ich die Gelegenheit denn noch kriegen sollte, machen werde... Na, ich seh's schon. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ich werde dann offscreen ein paar E-Kristalle sammeln und meine Cyber-Elfe mal auf einen höheren Level bringen. Das war genial, Process. Das war... Das ebenfalls. Process macht sich. Hau mal ein bisschen Heilung her, bitte. Process? Bitte. Für den nächsten Teil hier möchte ich gerne ein bisschen mehr Leben haben. Also bist du mir mal Heilung abschmeißt... Hält mich... A-Recover wieder voll. So. Ähm. Ja, okay. Sollt mich nicht weiter stören. Das kriegen wir schon hin, irgendwie. So. Das war knapp. Das war scheiße. Fail ich schon wieder wegen so billigem Mist. So. Spart euch die Kommentare. Ich weiß selber, wie schlau ich mich gerade anstelle. Ich habe keine Ahnung, wieso. Komm ich da auch so hoch? Nein. Mein Gott. Was mache ich da? Hm. Ja Alle aus dem Weg Alle aus dem Weg Ich lasse mich nicht aufregen Ich lasse mich nicht aufregen Dieses Mal nicht So Müssen wir einfach nur Da durchlassen Dann hier oben Wieder drauf Genau so Warum hast du das nicht vorher gemacht? Not really So Wie soll man das ohne Double Jump machen? Beziehungsweise wie habe ich das Ohne Double Jump gemacht? Bei meinem allerersten Durchgang Hatte ich garantiert noch keinen Double Jump Mieses Level Was auch immer Ich gerade getroffen habe So Zuerst vier Mal In einer Reihe Failen Dann Oh Das ist Ungut It already fired Steel Respond It's not working What's going on up there? Zero What are you doing here? I won't let you fire again You were after Whale, weren't you? Ragnarok is charging up for a second shot This will change the world And the people in it Do you think Niche would approve of what you're doing? I know that what I'm doing makes me seem like Whale I don't care if people think I'm a Maverick Someone has to take a stand and fix Humanity's course Und wieder an der Handgelenk drehen Sollte er sich mal richten lassen Diesmal nichts Kraft Doch Alter schon Locked Inter dich Ver Ver dich Ver F Ver 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 Vergesst das Wail, äh, Kraft, hab ich vorhin auch schon Wail gesagt, denn ja, na, das ist Kraft, nö, 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 Gott, bin hier, bin hier am Subtank verschleudern, das ist ja Wahnsinn, wie weiß man dem Angriff aus, ouch, nein, zero, Gero, I know what you're trying to say, but, but lofty ideals won't save any lives. Ach, Mensch, ja, Kraft ist ein starker Gegner. Der ist, äh, der ist für mich persönlich sowas wie der zweite Feffnir. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wie man dem Angriff ausweichen soll. Wie gesagt, ich werde. Nein, dieses Mal nicht. Das war knapp. Äh. Gut gemacht, Process. Was ist das? Nein, oder? Der ist nicht tot. Nein. Wir sind nur Reploids, designed für Krieg. Es ist nicht unser Ort, um die Welt zu verändern. Das ist auf die Menschen, wie Seel und H. Als Reploids, wir können nur den Rang zu denen, die wir glauben. Was ist das? Und wer soll ich be trusting? Die Menschen, die nichts tun, während die Welt fallen? Die Menschen, die Angst uns? Oder die Menschen, die versuchen die Welt zu verändern? Wir kämpfen uns für sie. Das Weltkriebe, in pain unter ihnen. Warum sollte ich niemanden? Wie kannst du sie? Wie kannst du sie? Wie kannst du sie. Wie geht das? I trust that friend. And I trust the humans. That friend trusts. I see. I couldn't even bring myself to trust Nature. Even though she was always told... Even though she always only told the truth. Kraft! Leave my body here. I can no longer face Nature. I don't want to cause her to suffer anymore. I will do as you ask. Zero. The humans. The Reploids. The world. Hey Nature. Watch over them. Zero. Respond. Zeal. Genau. Zeal. I stopped Ragnarok. And Kraft? And Kraft. I'm sorry. I don't know what to say. You don't need to say anything. Mission complete. I'm coming back. Call our team here. Mission complete. Zeal. The humans and Reploids have been evacuated. New Arcadia has been eradicated by Ragnarok's attack. There is nothing but a crater in the center where Will was. I doubt there were any survivors in that area. I see. Good work, everyone. Continue to search for any survivors. Acknowledged. Zeal. Are you okay? I'm okay. Just a little tired. Incoming communication from an outside line. It's from the settlement. I'll patch it in. Zero. Leech. It was just like you said. It doesn't matter what I do. As long as I keep fighting. I'm no different from Whale. And I... Had to fight Kraft. No, Zero. Thank you. For stopping Kraft. Ragnarok and New Arcadia are no more. Is it finally over? So many humans and Replots lost their lives. Zero. Did we do the right thing? So viel dazu. What was that? It came from Ragnarok. It's still operational. But Whale and Kraft are gone. Who could be controlling it? Operator, send me back to Ragnarok. I can't. Only the control room is connected. There's protection around the circuit to the center. We can't transfer you from the access port in the trailer. Ragnarok is accelerating. It's heading straight for... What's wrong? It's heading straight for Area Zero. Someone's trying to crash it. What? There's still some... There's still some time before it touches down. But we can't disable the circuit protection from here. Isn't there something we can do? Zero, Zero. You okay? Niche. Ragnarok is... I heard. I'm sent... Yeah, I heard. I've probably also seen. They're just there. I'm sending over some coordinates. You might be able to reach Ragnarok with these. Where do these go? To the Teleporter base in New Arcadia. It was originally designed to transfer troops. It might have just enough power to get you over to Ragnarok. Coordinates received from the settlement. Inputting now. Zero. Zero. If that's our only chance, it's one I have to take. Coordinates to the Teleporter base have been set. Transfer to T-Base. We don't do it yet. Alright, I'll add the base to the map. It's available whenever you're ready. So, dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Und beim nächsten Mal wird dann meine Cyber-Elfe auf dem höchsten Level sein. Dann würde ich sagen, Leute, ich bin der Xie. Das war's von MegaMan04 für heute. Wir sehen uns morgen. Ciao. Bye.